Vor dem Öffnungsgipfel, der am Mittwoch stattfinden wird, gibt es schon jede Menge Pläne und auch vorab einige Informationen, was uns nun zukünftig erwarten wird. Am Mittwoch, da wird es den nächsten Gipfel geben zwischen der Regierung und den Ländern und einige Dinge zu den Öffnungsschritten, die sind schon fix. Und zwar wird es sich dabei um die 3G-Regelung handeln. Die wird ab dem Samstag, den 19. Februar, in der Gastro wieder aktiv sein. Das heißt, auch als Ungeimpfter kann man zukünftig mit einem negativen Testnachweis wieder in der Gastro etwas essen gehen. Das soll zusätzlich auch auf die Seilbahnen ausgedehnt werden. Weitere Öffnungsschritte, die ebenfalls bekannt geworden sind vorab, die beziehen sich beispielsweise auf die körpernahen Dienstleister. Auch dort gibt es ein Zurückrudern zur 3G-Regelung. Das heißt, auch künftig kann man als Ungeimpfter mit dem entsprechenden Testnachweis wieder zum Friseur gehen. Ein weiteres großes Thema, das ist auch die Geschichte rund um die Nachtgastro. Da gibt es nun schon die Ersten, die sagen, es wird ein Comeback der Nachtgastro geben und auch eine mögliche Aufhebung der Sperrstunde. Das heißt, dass man dann länger als bis 24 Uhr Party machen darf oder auch ein kühles Getränk mit den Freunden genießen kann. Dass es auch noch weitergehen könnte, das ist ebenfalls eine Möglichkeit. Die Maßnahmen, die könnten nämlich fallen. Am sogenannten 1. März könnte es einen Freedom Day geben. Das hatte im Vorfeld beispielsweise auch Top-Virologe Norbert Nowotny angekündigt. Ob es das wirklich sein wird und ob es wirklich dazu kommt, das werden die kommenden Tage auf jeden Fall noch zeigen. Zusätzlich auch interessant die Rolle des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig. Der hatte im Vorfeld bereits angesprochen, dass er für Wien stets darauf bedacht ist, einen eigenen Weg zu wählen. Und der Wiener Bürgermeister, der hatte in der Vergangenheit ja auch gerne einen strikteren Weg gewählt. Ob er sich diesmal bei den Öffnungen und bei den nächsten Öffnungsschritten ebenfalls einen eigenen Weg vorbehalten wird, das wird ebenfalls die nächste Zeit zeigen.